Was ist eine Prostatabiopsie? Eine Prostatabiopsie ist ein diagnostisches Verfahren, mit dem festgestellt wird, ob ein Mann Prostatakrebs hat. Die Prostata ist eine Drüse, die nur Männer haben. Diese Drüse hat die Form einer Walnuss und ist eher klein. Sie hat die Aufgabe, Flüssigkeit zu produzieren, die für die Bewegung und Ernährung der Spermien wichtig ist. Die Prostata befindet sich unter der Blase eines Mannes, aber vor seinem Rektum. Mit einer Nadel wird eine Prostatabiopsie durchgeführt, die auch als Kernnadelbiopsie bezeichnet wird. Diese Nadel wird von einem speziellen Arzt, einem Urologen, getragen. Er oder sie ist auf den Umgang mit den männlichen Fortpflanzungsorganen sowie den am Wasserlassen beteiligten Personen spezialisiert. Normalerweise ist eine Prostatabiopsie nicht der erste Test, der bei der Diagnose von Prostatakrebs durchgeführt wird. Einige der Tests, die vor diesem Verfahren durchgeführt wurden, umfassen eine digital-rektale Untersuchung und einen prostataspezifischen Antigen-Test, der eine Art Bluttest darstellt. Wenn die Ergebnisse dieser Tests auf die Möglichkeit von Prostatakrebs hinweisen, kann ein Urologe als nächsten Schritt eine Prostatabiopsie vorschlagen. Prostatabiopsien können potentiell lebensrettend sein, da sie Ärzten möglicherweise ermöglichen, Krebszellen zu erkennen und eine Behandlung durchzuführen, bevor der Krebs so weit fortgeschritten ist, dass er sich das Leben nehmen kann. Sie sind jedoch nicht ohne Risiken, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit Infektionen. Tatsächlich wird eine Infektion, obwohl immer noch eine seltene Komplikation, als das häufigste Risiko dieser Art von Biopsie angesehen. Wenn sich eine Infektion entwickelt, betrifft dies normalerweise die Harnwege oder die Prostata. Normalerweise können diese Infektionen erfolgreich mit Antibiotika behandelt werden. Blutungen sind eine weitere Komplikation, die nach einer Prostatabiopsie auftreten kann. Zum Beispiel kann ein Mann in dem Bereich bluten, in dem die Biopsie durchgeführt wurde. Einige Männer können nach dem Eingriff auch Blut in ihrem Samen bemerken. Blut im Samen nach einer Biopsie wird nicht als schädlich angesehen, obwohl es mehrere Wochen anhalten kann. Männer sollten nach dieser Art der Biopsie blutverdünnende Medikamente vermeiden, es sei denn, ihre Ärzte haben ihrer Verwendung zugestimmt. Einige Männer haben nach dieser Art von Prozedur möglicherweise Probleme beim Wasserlassen. Dieser Effekt ist jedoch in der Regel nur vorübergehend. In einigen seltenen Fällen muss ein Arzt einen Katheter einführen, damit sich die Blase eines Mannes entleeren kann. Nach einer Prostatabiopsie untersucht ein Arzt die Biopsieproben auf Krebs und andere Anomalien. Wenn der Arzt Krebs findet, ist eine weitere Bewertung erforderlich, um die wahrscheinliche Wachstumsrate zu bestimmen und Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln.